Ja, moin Leute, so was geht? Hier wurde bei Dali Gaming. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr guckt das Video zu Ende an, denn es geht um die Zukunft meines Kanals. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich habe viele Videos von früher einfach auf Privat gestellt. Egal wie viele Klicks sie hatten, egal wie viele Likes sie hatten. Eins hatte sogar über 200 Likes und ich habe es einfach auf Privat gestellt. Warum? Weil die Videos mir einfach nicht mehr gefallen haben. Ich sah da drin einfach nicht Dali Gaming, der YouTube aus Leidenschaft gemacht hat. Ich sah Dali Gaming, der Videos aus Zeitdruck gemacht hat. Viele Videos von mir sind aus Zeitdruck entstanden. Sehr viele. Oder einfach nur schlecht bearbeitet von früher. Natürlich ist es immer schön vom YouTuber zu sehen, was er früher gemacht hat. Ich weiß, es ist immer schön. Ich gucke mir auch gerne von früher von anderen YouTubern die Videos an. Aber ich möchte sowas nicht mehr auf meinem Kanal haben. Ich möchte als YouTuber dastehen, der YouTube aus Leidenschaft macht und immer 100% gibt. Ich muss ehrlich zu euch sein, ich habe in letzter Zeit meine Videos zwar bearbeitet, gecuttet und geschnitten, aber man kann immer mehr machen. Man kann Soundeffekte reinpacken. Man kann die Musik besser cutten. Man kann einfach alles verändern. Man kann alles noch viel, 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 viel besser machen. Man darf es natürlich nicht übertreiben, aber man kann es auf jeden Fall viel besser machen. Ich weiß, viele Videos von mir, zum Beispiel die Demos oder diese anderen Let's Plays, die ich einfach so random hochgeladen habe, die haben den einen oder anderen gefallen. Den einen oder anderen. Das sind vielleicht 300 Personen gewesen. Vielleicht auch mal 400. Vielleicht mal 500. Warum habt ihr euch die Videos angeschaut? Sagt es mir. Schreibt es mal in die Kommentare. Warum habt ihr euch die Videos angeschaut? Ist es, weil ihr mich mögt? Weil ihr einfach die Videos schaut von mir? Nicht wegen dem Inhalt, sondern wegen meiner Person? Weil ihr meiner Art mich feiert? Ist das so? Wollt ihr mich gerne treffen? Wollt ihr einfach mich als Freund haben? Bin ich für euch ein Vorbild? Was ist mit den anderen? Guckt ihr meine Videos nur, weil sie mega geil bearbeitet sind? Guckt ihr meine Videos nur, weil Minecraft drin ist? Guckt ihr meine Videos nur, wenn ein Musikvideo hochgeladen wurde? Das interessiert mich mal. Bitte schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin auf niemanden sauer oder so. Jeder guckt, was er will. Ich gucke auch nicht jedes Video von meinem Lieblings-YouTuber. Naja, eigentlich schon. Aber von anderen YouTubern gucke ich nicht jedes Video. Weil es mich halt einfach nicht interessiert, was der manchmal hochlädt. Jeder hat andere Interessen. Jeder hat andere Vorlieben. Manche mögen Minecraft. Manche mögen COD. Manche verlangen von mir, dass ich auf einmal COD bringe. Warum sollte ich darauf hören? Wenn ich darauf selber keine Lust habe. Genau, weil ich Angst habe, Klicks zu verlieren. Ich habe Angst, Abonnenten zu verlieren. Aber soll ich nicht als YouTuber das machen, worauf ich Lust habe? Natürlich, die Community ist sehr wichtig. Es ist wichtig, auf die Community zu hören. Es ist wichtig, sie einzubeziehen in den Videos. Aber ich mache es ja. Aber ich möchte halt keine stumpfen Videos bringen, wo ich auch selber sehe, das bin nicht ich. Und das habe ich einfach vergessen. Ich habe in meinem letzten Real Talk Video gesagt, dass mir Klicks und Likes scheißegal sind. In einigermaßen ist es auch mir scheißegal. Allerdings sind Klicks und Likes eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass euch das Video gefällt. Und ich merke einfach, dass euch die Videos, die jetzt zur Zeit kommen, einfach nicht gefallen. Vielleicht den einen oder anderen gefallen sie, weil sie meine Person feiern wahrscheinlich. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Die liken das automatisch, weil sie mich einfach mögen. Aber die anderen, denen juckt es gar nicht. Die wollen so ein Video nicht sehen. Bestimmt gibt es viele von euch, die gucken sich von mir nur Minecraft an. Ich wette darum. Es gibt so viele von euch, die gucken sich wirklich nur Minecraft an. Haben vielleicht noch nicht mehr so viel Zeit dafür. Und deswegen kriegen sie es gar nicht so richtig mit, weil ich jeden Tag ein Video hochlad. Jeden Tag zwei Videos hochgeladen habe. Vielleicht gibt es viele von euch, die die Videos gucken wollen. Aber einfach nicht die Zeit haben. Ich bin ein YouTuber mit 7000 Abonnenten. Sogar mehr als das. Und habe auf manchen Videos weniger als 500 Klicks. Sagt mir mal, welches Netzwerk würde mich nehmen? Welches große Netzwerk wird sagen, ey, dieser YouTuber, der hat was drauf? Natürlich, sie gucken sich vielleicht das ein oder andere Video an. Boah, das ist super bearbeitet und so. Da ist auch die jeweilige Klickzahl. Da könnten wir dich auf jeden Fall einstellen. Aber da gibt es dann halt auch Videos, wo sie sehen, Tiger, du gehörst mir nicht hin. Das möchte ich euch auch mal eben fragen. Würdet ihr so einen YouTuber einstellen, der 7000 Abonnenten hat? Und eine Klickzahl, die manchmal hoch ist? Und manchmal einfach nur einfach down ist? Ich glaube nicht, oder? Diese Videos kamen alle aus Zeitdruck. Ich bringe um 13 Uhr und um 18 Uhr ein Video raus. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe jetzt gerade Urlaub. Urlaub heißt, man soll chillen. Man soll sich entspannen. Man soll ein Eis essen. Man soll Fernsehen gucken. Man soll wegfahren. Man soll Urlaub machen. Man soll irgendwie Party machen. Man soll alles Mögliche. Oder man soll einfach nur zocken und gar nicht drüber nachdenken, was für Arbeit einem noch bevorsteht. Ich habe nur noch zwei Wochen Urlaub. Sogar weniger als das. Ich habe jetzt zwei Wochen lang durchgezogen. 13 und 18 Uhr im Video. Vielleicht ungefähr zwei Wochen. Natürlich nicht durchgezogen. Manchmal kamen die Videos auch später und so. Aber ich habe es versucht. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin sowas von im Arsch. Ich stehe morgens auf und bin schon wieder kaputt. Ich habe gar keine Lust, irgendwie ein Video zu bearbeiten. Gar keine Lust, ein Video aufzunehmen. Gar keine Lust, mir irgendwas zu überlegen. Ich will viele Videos machen, wie zum Beispiel Kevin kommentiert Kommentare. Einen neuen Song. Mein Roast Yourself Video. Habe ich richtig Bock drauf. Kriege ich aber nicht hin. Weil ich die ganzen Videos noch vorproduzieren muss. Für den nächsten Tag, für den Tag, für den Tag. Ich schaffe das nicht. Ich lade halt einfach keine Scheiße hoch. Aber auch nicht das Beste. Ich kann mir an meinen Videos viel mehr Mühe geben. Egal bei welchem Video. Aber ihr werdet euch das sowieso dann nicht anschauen. Also viele von euch. Manche werden sich das auch anschauen. Weil es einfach ich bin, die ja diese Videos hochgeladen hat. Worauf ich hinaus will, ich werde nur noch die Videos bringen, die auch euch gefallen. Die mir gefallen. Und wo ich auch sehe, dass da Potenzial drin steckt, weiterzumachen. Viele Videos, die unter 500 Klicks haben, sehe ich einfach, das ist nicht euer Ding. Ihr könntet mich einfach sofort wieder deabonnieren. Aber das macht ihr nicht. Weil ihr ganz genau wisst, ey, der bringt wahrscheinlich bald wieder, was ich mag. Der bringt bestimmt bald wieder das, was ich die ganze Zeit suche. Er gibt mir bestimmt bald wieder die Unterhaltung, die ich brauche. Und da hast du recht. Die bekommst du jetzt. Freunde, es ist alles gesagt. Ich habe mich jetzt verändert. Ich hoffe zum Positiven. Allerdings werde ich jetzt inaktiver auf YouTube. Also beziehungsweise was Hochladen betrifft. Ich werde jetzt allerdings mehr, 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 mehr Mühe geben bei meinen Videos. Jedes Video wird zu 100% Unterhaltung bringen. Freunde, es wird sich vieles ändern. Ich werde meine Videos ab den 21. oder sagen wir 22. hier vor meiner Greenspan-Wand machen. Denn ich habe mir einen Gamer-Stuhl bestellt für 239 Euro oder so. Es wird einfach jetzt professioneller. Es werden jetzt Videos kommen ohne Hintergrundrahmen bei Facecam, dass ich einfach nur komplett meine Person habe. Dann darf ich natürlich nichts Grünes anziehen. Muss ich natürlich aufpassen. Und es wird jetzt einfach alles auf meinem Kanal verändert. Es werden jetzt einfach nur noch Videos kommen, wo ich selber sage, dieses Video würde ich mir angucken. Tag für Tag für Tag. Okay? Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sauer auf mich, dass ihr jetzt nicht jeden Tag wieder zwei Videos bekommt. Dass ich euch nicht mehr so gut unterhalten kann jeden Tag. Aber wenn jetzt ein Video kommt, freut ihr euch darüber. Ihr freut euch bestimmt richtig darüber. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Naja, lieber nicht, sonst habe ich keine Hand mehr zum Zocken. Egal, Freunde. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, Freunde. mit 100%. Ich bin raus. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.